Hallo? Oh Gott. Geh weg. Nein, geh weg. Verbreif dich. Im Gottesdienst. Scheiß, 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 scheiß. Ich würde gerne gehen. Hallo und willkommen zurück. Anstasi und ich sind wieder da und eigentlich will ich nicht. Eigentlich irgendwie schon, aber ich habe jetzt, wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube eine Woche, um das zu verarbeiten. Okay, wir drücken jetzt fortsetzen. Der Hamster hat uns angesprungen, ne? Dunkelheit? Was muss ich tun? Wieso ist es hier so dunkel? Wo bin ich? Wo hat denn der hier gespeichert? Da verschreckt die Windows-Taste gedrückt. Ah, das klingt ja gut an. Wo zur Hölle hat der hier gespeichert und was soll das? Warte, 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 warte. Äh, Ton, Video, kann ich bitte irgendwo meine... Meine Tasten, Anzeige, Grafik und Spielverlauf, Sichtfeld. Ja, lauf. Sag mir, warum ich hier nichts sehe. Ich war doch irgendwo in der Ecke an einem Bett. Ich drück mal Tasten. Hä? Was war das? Okay, P ist Pause-Menü. Ach, guck' ich mal. Schön für dich. Scheiße, was war mit der großen? Wie ging denn das? Das fängt ja schon mal sehr gut an. Und hier darf das Licht nicht aus sein, ne? So, hier hast du dein Licht. Und vor dem anderen muss ich wegrennen. Und was... Oh, nee. Wieso hänge ich hier? Was war denn eigentlich mein Auftrag? Geh mal wieder zu. Also abgesehen von der Pizzalieferung. Was? Wo? 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 Ich hab dich doch gehört. Hallo? Oh, Gott. Es hakelte gerade. Geh weg. Da ist irgendwas aufgegangen. Geh weg. Danke. Was mach' ich mit dir? Da ist doch was aufgegangen. Scheiße. Stehen bleiben? Muss ich weggehen? Gott, mir ist schon wieder warm. Ja, schön, dass du dich rumgedreht hast. Es ist... Das Licht ist an. Das Licht ist... An. Ich warte mal kurz, bis du da warst. Warm, warm, warm. Das finde ich nicht nett, dass es genau dann hakelt, wenn ich mich da hin umdrehen will. So, ich würd gern gehen. Nicht. Okay. Was muss ich tun? Angst, Tasi? Ich bleib einfach immer stehen. Außer bei dem einen da. Soll ich ja wegrennen. Mein Blut wurde kalt. Habe ich gerade bekommen. Ja. Ja, ja. Kommt hin. Sag mir, wo der Lichtschalter ist. Hier. Könnte ich die Pizza vielleicht essen? Oh, noch eine Tür. Ah, eine Budopuppe. Hat die auch irgendwas? Irgendeine Fähigkeit? Bei der dachte ich auch, die kann nichts. Genauso wie beim Hamster. Hallo? Okay, die Tür geht nicht. Aber irgendwas ist hier passiert. Bitsi, Bitsi, Spider. Kann ich. Don't move, Bitsi. Okay. Dann nicht bewegen. Ja. Klar. Entschuldigung. Nee? Okay. Ich habe doch gerade was tippeln hören. Und du bist für mich auch keine richtige Puppe. Du kannst auch nichts. Ja, jetzt war da ein Wohnwagen-Scare. Und. Heute ist meine Mission. Okay, ich bin wieder hier. Oh. What? Das hat gerade was gefallen. Ich habe es genau gehört. Bitte Licht. Und ist hier was passiert? Ist das? Sie denken, er läuft mit Batterien, steht ja hinter mir. Niemand hat Verdacht geschafft. Sie denken, er läuft mit Batterien. Sie haben Angst vor ihm. Er hat gestern ein Kind gebissen. Um ehrlich zu sein. Ich bin nicht glücklich darüber. Er macht seltsame Geräusche und jagt Leute. Das ist der, den wir vorhin hatten, ne? Weiter. Die, weiter. Ich habe nur dieses eine. Okay, ich, äh, das ist meine Fingerknochen. Es tut mir leid, falls ihr es gehört habt. Ich, okay. Hier, äh. Geh nochmal. Spiel speichert. Mhm. Run. Wächst es. Wächst es hier. Ah. Oh nein. Da ist ein Klo. Wieso ist hier ein Klo? Kommt denn dafür die... eine blöde alte nicht mehr? Ich... Wo? Wer? Wo? 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 Okay. Gut. Wir gehen einfach. Das habe ich schon gehört, oder? Ich bin endlich getrennt worden. Die Mansion ist wunderbar, wie ich es erwähnt habe. Das ist doch keine Wälder. Die Kinder-Klautung füllt die Haus und es macht mich glücklich, wie sie meine Puppets lieben. Wohin soll ich denn? Oh. Lass mich in Ruhe. Der ist schneller als ich. Wo ist mein Licht? Nein. Okay, er kam doch irgendwo von da, ne? Kommt er jetzt von hier? Nein. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht... Ich kann mir nicht merken, wo du herkommst. Ich kann mir nicht merken, wo ich hinrennen muss. Oh. Ja, das ist ja lustig. Vielleicht noch die Kleine irgendwo? Das wird mit Sicherheit so sein, ne? Jetzt geh weg! Ja, ich bewege mich... Achso, doch, ich bewege mich ein bisschen, ne? Zweimal war die Kleine jedoch. Dass ich mich bestimmt entscheiden muss zwischen Rennen und stehen bleiben und angucken und nicht angucken, wo... Ich kann doch Geräusche nicht zuordnen. Was zur Hölle war das? Hier. Hier, mach mal zu. Was ist denn hier los? Hier ist auch wieder ein Püppchen. Oh. Das, äh... Ist ja nicht so gut. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Ja. Weg. Geh weg. Geh weg, hab ich gesagt. Sag mal. Ja. Ich kann Ihnen nicht helfen, es tut mir leid. Ja, nee, ist klar. Wie soll ich das denn machen? Licht. Oh, ich hab doch keinen Orientierungssinn in Häusern. Und überhaupt. Ja. Ja, hier. Oh, ja. Oh, Ihnen geht's nicht gut, das tut mir aber leid. Gut. Ja, ich muss Lichter machen. Geh. Wo ist der Amster her? Ich häng fest. Ich häng an nem Karton. Ah, 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 ich ranne, ich ranne, ich ranne, ich ranne, ich ranne. Oh Gott. Oh Gott. Und irgendwo war sie doch auch. Ja. 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 Tschüss. So, könntest du mir jetzt sagen, was ich hier tue? Was war das? So ein Geräusch? War das hier? Oder war das... War das bei mir? Ich hab doch beim letzten Mal kein Handtuch, oder? Oh Gott, das ist mein Mitbewohner, der die Nase putzt. Ich... Ich flippe aus. Also. Ah. Er putzt sehr laut die Nase und das... Hat mich gerade erschrocken. Nee, nee, nee. Und jetzt ist sie auch hier. Geh weg, ich muss mich hier rumdrehen. Irgendwo. Glaub ich. Oh. Ja, die Ausgrabungen. Mhm. Könntest du mir mal sagen, was ich hier machen muss? Ist das jetzt aus oder an? Äh, ist das aus? Okay. Was hab ich doch hier... Nee. Ich kann doch so nicht mich hier umgucken. Ah. I'm right behind you. Ja. Ist jetzt auch egal. Was war das? Aua. Sie haben die dritte Stunde abgeschlossen. Was spiele ich das jetzt schon? Drei Stunden? Das kann doch gar nicht sein, oder? Ah. Okay, also wieder das Badezimmer suchen. Ihr wisst, wenn ein Spiel anfängt nervig zu werden, dann hab ich keine Angst mehr. Ich hab das Gefühl, ich soll hier irgendwas noch tun. Ja, lass mich hier... Okay. Wie komm ich am schnellsten zum Badezimmer? Hier. Okay. Dir geht's hier nicht gut. Kann ich hier irgendetwas tun? Ist schön, dass das ausgeblurrt wird, wenn ich da hingucke. Dann muss ich das nicht tun. So. Jetzt war ich im Badezimmer. Hier. Lass mich in Ruhe. Muss ich das Licht mal anmachen? Hier gibt's nix. Hier gibt's auch nix. Du rennst trocklich hinter mir. Du willst mich verscheißern! Ja. Okay. Also. Der schnellste Weg zum Badezimmer ist hier. Was ist denn da eigentlich in diesem Karton? Heißt das eigentlich, er hat sich hier erschossen? Ist das das Geräusch? Hier ging's nicht rein, ne? Nein. Och Mann, jetzt komm schon. Ich hasse den. War das eben auch schon so? Habe ich jetzt einmal denselben Mist gemacht? Und warum ist die Folge noch nicht zu Ende? Das ist doch schon... Das geht doch schon so lange. Danke. Hier. Oh, ah, ja. Das tut mir leid. Nicht. Nee, warte mal. Ich kann mir echt nichts merken, ne? Ich kämpere jetzt woanders. Laufst du schon hinter mir her? Bist du hinter mir her? Bist du hinter mir her? Bist du weg? Gottes Willen! Verpfeif dich. Verpfeif dich, habe ich gesagt. Geh weg. Geh weg. Ich habe keine Zeit. Geh weg. Geh weg. So. Mein Dex ist hier ja zu. Das ist mir nicht. Hier ist immer noch zu. Was ist denn mein Auftrag? Einfach alle Türen ab. Ich mache alle Türen ab. Hoffentlich kommt der nicht dadurch. Nein. Geh weg. Geh weg. Gleich Mỹ bloß. Keh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Die sch footprints. Sie wurden aber verlangert. Ja. Wir müssen die Lösung finden. Können wir Ihnen das Licht ausmachen? Geht's dir noch besser? Ist das Mrs. Wilson? Okay. Er kommt wohl immer aus einer anderen Richtung. Ich bin genervt. Hallo. Ja, das ist nicht so gut. Schön. Tschüss. Jetzt schreit hier eine Katze vor der Tür. Das ist überhaupt alles gar nicht unheimlich. Was macht der für Geräusche? Weg. Muss ich tatsächlich jetzt einfach immer im Kreis laufen und warten, dass irgendwas passiert? Rocky, warum musst du denn jetzt gerade hier vor der Tür stehen? Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Alter. Bitte, 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 bitte. Ich möchte ein Stückchen weiterkommen. Bitte sagt mir, wo ich hin muss. Geht's raus. Nee. Kein Scheiß. Mach keinen Scheiß. Was? Ah, ich hab dich erwischt. Geh weg. Jetzt sag mir, wo ich hin... Muss. 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 Ich guck mal kurz, was der Kater vor der Tür möchte. Ist nicht mehr da. Dann war es wohl nicht so wichtig. Ah. Waren die Dinger hier vorher schon? Bin ich einfach zu blind, weil ich zu hektisch werde hier? Ist ja irgendein Schlüssel oder sowas hier. Kann ich... Ich kann doch rüpfen. Ja. Ja, ihr braucht ja gar nicht alle rumkichern. Ich bin schon tot. Ich habe echt die Vermutung, dass ich einfach zu blöd bin. Wenn ihr's gesehen habt, wo ich zu blöd bin, schreibt es mir. Weil Blödheit muss ja korrigiert werden. Was fällt denn da dauernd? Ist das heute die Fail-Compilation? Ich denke, irgendwie schon. So, du scheinst dich erschossen zu haben. Tut mir furchtbar leid. Der Hamster ist weg. Wo? Jetzt ist der Kater vor meiner Tür. Oh, Rocky! Ich hoffe, es macht Pause. Na toll. Wenn du hier rumgeschrien hast, bin ich jetzt tot. So. Ein Versuch noch. Drück auch mal den falschen Knopf. Kann ich hier eigentlich rein? Nein. So gut. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Verbreif dich. Gut. Guck mal hier rein. Halt. Weil ich kann schnell Kaffee trinken. Um Gottes willen. So funktioniert das nicht mit dem Kaffee trinken. Scheiß, 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 scheiß. Einmal. Ja. Na, wo ist er? Warum kichert er eh nicht rum? Nee, du bist nicht hinter mir. Wir haben hier keine Zeit. Geh weg. Ah, sie ist hinter mir. So, irgendwas muss ich doch hier tun. Sie denken, er läuft mit Batterien. Ja. Ist er gerade irgendwo hängen geblieben? Ja, er läuft aber anscheinend. Ich kann Geräusche nicht zuordnen, wo sie herkommen. Da. Vielen Dank fürs Tür aufmachen. Sagst du mir vielleicht, wo ich hin muss? Oder soll es nur heißen, guck mal auf die Uhr? Ich reinspringe? Nein. Ja, komm. So kann ich doch jetzt hier nicht fliehen. Bin ich nicht in Ordnung. Der kommt mir jetzt entgegen, oder? Ja, jetzt ist er mal gut. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder Xister hier. Oh, nee. Ah. Hi. Was? Ich hätte war nur durchhalten. Hier ist kein Licht. Ist das nicht gut? Ich habe Angst vor dem Hamster. Hallo. Das ist nicht euer Ernst. Können wir mal speichern? Bitte? Könnten wir, bitte? Können wir... Nein, wir können so nicht... Ah. Bitsi, bitsi, Spider. Spider. Die Tür ist auf, oder? Die war vor, zu. Können wir bitte speichern? Können wir bitte speichern? Bitte, bitte, bitte. Ich möchte mit Speichern diese Folge beenden. Oh, ist Speichern. Vielen Dank. Was ist denn mal dieses kleine Fallgeräusch? Was fällt denn dann da? Das ist jetzt die Frage. Wie lange geht dieses Spiel? Wenn ich jetzt hier beende... Äh, ja. Wenn ich jetzt hier beende, wollte ich sagen... Geht das dann vielleicht noch fünf Minuten? Also passt mal auf. Ich spiele zwar ein bisschen weiter. Auf jeden Fall, dass es noch länger geht. Sag ich, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, bis zum nächsten Mal. Vielleicht aber geht es jetzt auch weiter. Ihr werdet es sehen. Äh, bis zum nächsten Mal.